Ja, hallo zusammen, mein Name ist Hans Schuler und ich bin im Moment beim Sturm der Liebe und da gibt es ein Wiedersehen mit meinem Bruder, dem Alphons Sonnbüchler. Nach 40 oder über 40 Jahren, sehen sich die Brüder wieder, nachdem sie zerstritten auseinandergegangen sind, gibt es zumindest Versöhnungsversuche und es wird sich über einige Folgen hinziehen und es gibt aber natürlich auch von Seiten des Herrn Günther Sonnbüchler ein paar Hintergedanken, die zu verraten jetzt zu viel wäre.